Guten Morgen, heute mal ein etwas anderes Video. Vielleicht hat er ein oder andere schon mitbekommen, es hat bei mir gebrannt. Und ja, alles Schrott, jetzt habe ich ein neues Fahrrad, erste große Testfahrt pro Fahrt. Und ich treffe mich heute mit dem Atrium wieder. Und ja, Spaß haben. Und heute will ich mal so mehr das Bike zeigen, übrigens bevor ich es vergesse. Ich habe auch noch eine neue Brille. Mal wieder. Das ist die Icon SC, glaube ich. Die hat André Greipel und zwar fotochromatisch, hoffe ich. Und ich hasse sonst keiner und das ist ziemlich nice. So, mal wieder ein Klassiker, ne? Also ich habe mich ja schon auf dem Weg nach Ursula beschwert. Und ich beschwere mich eigentlich ständig. Weil, ey, ich weiß nicht, Sonntag 20.000 rote Ampeln, ne? Ey, wozu? Meine größte Angst bzw. den meisten Respekt habe ich eigentlich wirklich immer noch vor Dramkreisen. Einfach mal, weil ich da schon mal drinnen lag. Und ja, mag ich nicht so. Und ich reg mich zwar mega über diese ganzen roten Ampeln auf, aber dieses leere Berlin ist doch sogar beinahe schön. So, durch Berlin fahren ist ein Mäh. Naja, es geht. Also leer ist es schön. Und jetzt bin ich hier gleich beim Artjob in Hohenschönhausen. Frühstücken, Kaffee trinken. Die wichtigste Maß des Tages. Und dann geht es auch los. Irgendwie 130 km. Mal sehen. Mega Sightseeing mit dem Artjob. Einfach nur geil. Wuhu. Es ist einfach nur mega. Also das Rad ist super, super, boah, einfach nur geil. Und ja, also was ich an der Ero irgendwie merke, es droht ja auch viel schneller ein Formverlust, ne? Weil du bist zwar schneller, aber wenn du nichts machst, dann bist du halt fast so schnell. Ich küsse jetzt. Ich küsse jetzt. Tja, da ist er weg. Tja, da ist er weg. Ich sitze übrigens auf dem Physik Adaptive. Das ist quasi genau das gleiche wie Physik Ataris. Und ja, der kommt aus dem 3D-Druck und ist super bequem. Und den gibt es halt auch mit Teilgestell. Und ja, kann man empfehlen. Wir sind mitten im Wald. Wir sind gerade so auf der Höhe von Ebersweide. Ah, ich fühl mich auch. Und es ist einfach nur. Ja, ist schon cool sowas, ne? Für mich ist das erste, wie ich es noch nicht gesagt habe. Er wiegt in meiner Größe so circa 8,2 Kilo. Und ja, es geht einfach nur ab. So, ein kleines Fischen-Update. Wir sind gerade in der Schlafheide. Haben gerade so eine leckere Schinkenbrat was gegessen. Und ja, da ich momentan nicht viel mehr fahre, merke ich halt meine Beine so richtig nach der Pause. Wie geht's dir? Gut, ich habe immer noch zwei Arme hier. Es läuft. So, der liebe Artyop hat sich berg ausgesucht. Und ja, ich bin seit zwei Wochen, drei Wochen nur am Manövieren. Nicht am Fahrradfahren. Und ich kacke gerade richtig ab. Weil ich bin kein Bergfahrer. Und ja, wir sehen uns. Alles klar. Alles klar. Alles klar. 133 Meter auf der Uhr, wir sind gerade in Benau, wollen zum Skatepark hier in Benau. Ich bin voll im Eimer, weil ich mache die letzten Wochen, Monate, dem Monat nichts außer renovieren und arbeiten und nicht schlafen und ja, alles schick. Dann hast du auch mich noch dabei, der richtig Bock hat und richtig verrückt. Ja, bisschen Berggetappe heute, Berggetappe heute. So, meine Freunde der russischen Tanzhausesie, ich habe mir jetzt russischen Hardbars angemacht, weil ich jetzt noch 27 Meter nach Hause radeln muss. Ich habe mich gerade vom Art Shop getrennt und ja, nochmal zur Icon, also zur Brille, die finde ich tatsächlich ziemlich nice. Also sie ist komplett windig, man spürt sie gar nicht, sie ist leicht, sie dunkelt sich ab und ja, das Fahrrad ist einfach mal der Hammer. Es ist super im Sprint, super im Berg, ist relativ leicht und schon nice. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.